Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, der 8. Juni 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 135 und für euch bringt die folgenden News der Martin Pogipsi-Rechsteiner. Amazon Phone, Kaspersky, Google überholt, Facebook Video mit Untertitel, Huawei gewinnt, iOS 11, QR-Code, Dark Mode, IFO-Color, Apple Design Award und Makefair in Berlin. Nachdem die ganzen Apple iPhone 8 oder wie das Teil auch immer heissen mag, Gerüchte langsam ein bisschen wieder eingeschlafen sind. Es gibt immer wieder so Schübe und dann kommt wieder was und dann wieder was nicht. Hat das eine oder andere News zu anderen Telefonen gegeben. Wie könnte es auch sein? Ohne Gerüchte lebt ja diese Tech-Blog-News-Geschichte gar nicht mehr. Irgendwie, leider. Aber ja, kommen wir zum Thema. Amazon hat oder wird anscheinend sein Fire Phone wiederbeleben lassen. 2014 kam das Fire Phone online, 2015 wurde es schon wieder rausverkauft, weil es ein Flop war. Mal schauen, wie es dieses Mal floppt oder eben auch nicht. Neuigkeiten daran sollen sein, dass es eine direkte Google Play Store Integration und auch Anbindung an die ganzen Google-Dienste geben soll. Somit könnte es sein, dass das eigene System ein bisschen aufgebohrt werde. Das wäre sicherlich definitiv nicht schlimm. Obwohl, wenn man bedenkt, bei Amazon bekommt man wenigstens Updates. Nicht wie bei anderen Androiden. Aber ja, Microsoft ist ja so böse. Zum einen warnt das Windows 10 euch davor, wenn ihr so eine Trial-Version von einem Virenschutz installiert habt und die Zeit des Tests ausläuft, kommt Microsoft und gibt einem Plop-Up eine Info. Du, das Ding ist ausgelaufen, zahl nach oder ansonsten übernehmen Virenschutz wieder und das zwar kostenlos. Zusätzlich empfiehlt es dir auch, das Teil zu deinstallieren. Wenn du es dann nicht mehr brauchst, macht es ja auch Sinn. Aber nee, Microsoft ist ja so böse und deshalb geht Kaspersky gegen Microsoft vor. Sehen noch ein paar andere Dinge, was das genau ist, könnt ihr in einem gut geschriebenen Beitrag bei Windows-Arena.de nachlesen. Ich muss ein paar Mal schmunzeln und ja, es sollte einem schon um die Kunden gehen, liebe Firmen da draußen. Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, AT&T, Visa, Tencent, IBM, McDonalds und Verizon. Man merkt nur mindestens einer, eventuell Tencent, nee, auch Technik. Alles so Technikfirmen, das sind die wertvollsten Marken der Welt. Zumindest wenn es um die Studie, respektiv das Ranking vom Brand C geht. Die haben ihre Top 100 wieder rausgehauen und eben Apple hat es knapp wieder, oder da nicht geschafft, an Google ranzukommen. Obwohl, Google ist da doch der falsche Begriff. Das Teil heißt doch ABC, Alphabet, irgendwas, genau. Tja, mal schauen. Nächstes Thema ist Facebook. Live-Videos, besser gesagt, die normalen Videos, die können ja schon länger Untertitel und damit man es auch lesen kann oder mitbekommt, was im Video passiert, wenn man kein Ton anhat. Und das sind ja 85% der Nutzer, die das so machen. Neu gibt es eben die Möglichkeit, bei Live-Videos einen Untertitel hinzuzufügen. Zum einen, dass man das selber macht, eintöckelt oder aber auch auf Drittanbieter setzt. Spannende Entwicklung und sicherlich, wie gesagt, auch nötig. Dann haben wir Neuigkeiten aus der Schweiz. Huawei hat anscheinend einen Riesen-Deal gewonnen hier in der Schweiz. Und das ist nicht der erste. Schon im 14 war es, glaube ich, haben sie den Sunrise-Deal gewonnen. Später kam ein Teil in der Swisscom, also strategische Lieferanten für Swisscom dazu, für den Ausbau von Fiber to the Street, das Ganze. Und neu soll es jetzt so sein, dass Cisco einen Riesen-Deal, nämlich einen 250-Millionen-Franken-Deal, an Huawei verloren hat. Ja, europäische respektive amerikanische Netzwerk-Lieferanten sind nicht mehr ganz so gefragt. Doch, Cisco wird auch weiterhin an der Swisscom drin bleiben. Was genau da alles ist, nachlesen bei uns auf daily.geektalk.muzia. Es gibt so weiterführende Infos, sofern euch das interessiert. Dann habe ich noch zwei, drei kleine Dinge, die während der WWDC jetzt in den letzten Tagen ein bisschen rausgetröpfelt sind. Ich sehe immer so, nach der Keynote kommen noch einige Dinge. Etwas, was nicht zu groß gezeigt worden wurde, superdeutsch wieder, QR-Codes lesen. Also etwas, was ein Windows-Phone schon seit vielen, vielen Jahren kann. Gut, man, böse Zungen behaupten, Windows-Phones gibt es nicht mehr. Aber ja, wenn ihr in Zukunft mit eurer Apple-Kamera-App, und das natürlich unter iOS 11, was im Herbst kommt, über einen QR-Code fliegt, kann ja passieren, solche Dinge gibt es selten mal irgendwo, dann werden die automatisch ausgelesen und das Ganze, was dann da gezeigt wird, wird euch zugänglich gemacht. Eine Webseite hinterlegt, etc. Ein praktisches Feature. Sehen wir jetzt in Zukunft mehr QR-Codes? Ich hoffe nicht, oder hoffe doch, wie auch immer. Wir werden es sehen, auf jeden Fall. Dann kommen wir zu einem weiteren Feature. Auch etwas, was an der Keynote nicht gezeigt wurde, aber von einigen, ich kenne da zwar nur zwei, drei, aber sicherlich gewünscht, schon lange gewünscht war, ist der Dark-Mode. Irgendwie, als ich das Video angeschaut habe, Link bei uns in den Shownotes, hat es mich doch gewünscht gemacht, weil irgendwie sieht das Ganze doch dann, vor allem so in den Settings und den ganzen Menüs, sehr, sehr sexy aus. Ich werde es auf jeden Fall mal dann ausprobieren, wenn es soweit ist. Etwas, was Apple wieder einfließen lassen hat, ist, dass man aus Fotos, der Foto-Editier-App und Sammel-App auf dem iPhone und respektive auf dem Mac OS integriert hat, die Möglichkeit zum Fotos bestellen, Fotobücher bestellen, Tapeten, etc. Und da gibt es auch externe Dienste jetzt neu mit dabei. Und was mir gleich aufgefallen ist, damals auf der Folie, das war eFolor. eFolor ist eigentlich in kleinen Familien, ja gut, ist ein bisschen gewachsen, aber Grund war früher mal in vielen Familienunternehmen, mittlerweile in vielen Ländern tätig und in der Schweiz, so wie in Finnland, sogar Marktführer. Und eben unter anderem wahrscheinlich deshalb ist es jetzt auch in Apple Fotos mit drin. Dann hat Apple die Design Awards 2017 vergeben. Das sind so Awards, die sie an Apps vergeben, die zum einen natürlich Design einigermassen geschickt ausschauen, aber natürlich müssen die auch den Nutzen bringen, den ganzen Downloadern. Da sind Apps darunter wie Blackbox, Split, Chrysident, Mushroom, Eleven, Things 3, Airmail, 3, etc. Da würde mich Wunder nehmen, liebe Hörer, wie viele dieser Apps habt ihr geladen und oder wie viele dieser Apps braucht ihr noch? Geladen habe ich vier davon, brauchen tue ich noch eines und das ist nämlich Things 3, also die dritte Version. Einen Testbericht gibt es übrigens auf dem Pogipsi.ch-Blog dazu. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Wer am 10. respektiven 11. Juni noch nichts vorhat und in und unter Umgebung von Berlin unterwegs ist, sollte unbedingt einen Abstecher zu der Maker Faire in Berlin machen. Das Ganze ist so ein Event, wo, was haben sie, 200 Stände, 900 Maker, die irgendwelche kleinen oder feinen, aber auch grössere Erfindungen präsentieren und da gibt es wirklich die kuriosesten und die genialsten Geschichten, so Mitmachgeschichten, Anregungen für Bastler, etc. Ich war ja an so einem kleinen Mal damals in Paris vor einigen Jahren und für mich, ja, ich möchte da wieder mal hin. Sprich, Berlin ist mir leider nicht möglich, weil zu nah, wem das auch so geht, vom 25. bis zum 27. August folgt dann eine Maker Faire auch in Hannover. Wart ihr schon mal an so einer? Lasst es uns doch wissen über die Kommentare oder sonstige Möglichkeiten. Ich bin echt gespannt, wünsche euch noch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag und freue mich, euch bald wieder zu hören. Übrigens noch ein kleiner oder besser gesagt, ein großes Entschuldigung wegen gestern. Da hat der Feed irgendwie geklemmt, was heißt Feed, der ganze Server. Die Folge wurde nach YouTube rausgespült um zwei Uhr morgens, wo ich das Ganze aufgezeichnet hatte, aber auf dem, ja, Hauptdings ging es nicht raus. Sprich, in eure ganzen Podcatcher kam es nicht. Das tut mir sehr leid. Hab es dann, sobald ich wach wurde, dann auch repariert und dann ging das Ganze wieder. In diesem Sinne, ich hoffe, heute klappt es. Ansonsten, wie gesagt, schönen Tag, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.